Die MTU Aerial Engineering AG aus München stellt Triebwerke für die zivile und militärische Luftfahrt her und setzt diese auch im Stand. Hier in der Oberflächentechnik arbeiten wir mit dem ZFP-Verfahren, die die Überprüfung von einzelnen Bauteilen ermöglicht. Hier hinter uns sehen wir unsere neueste und modernste Farbeindring-Prüfanlage von der Firma Rohn & Wagner. Die Kernanforderungen für unser System sind vor allem die Sicherheit, dass alle Mitarbeiter sicher die Kabinen betreten können. Ein zweiter Punkt ist die Integration in die Anlage und in das Sicherheitskonzept der Anlage. Dann natürlich eine ergonomische und praktische Handhabung. Und natürlich dadurch, dass wir mit Robotern hier arbeiten, ein Performance-Level der Kategorie mindestens D, besser E. Das Grundkonzept der Anlage ist eine vollautomatische Einring-Prüfanlage mit malueller Eingriffsmöglichkeit in jedem Prozessschritt. Und in der Entwicklung ist Rohn & Wagner auf die Suche gegangen nach einem leistungsfähigen, modernen und sicheren Zugangssystem und ist bei den Produkten von PILZ auf einen optimalen Partner gestoßen. Außerdem haben wir die Herausforderung mit den verschiedenen Betriebsarten. Einmal den Normalbetrieb, in dem die Zugänge nur für das normale Bedienerpersonal freigegeben werden sein soll. Dann der Einrichtbetrieb, in dem die Anlage eingestellt werden kann, beziehungsweise kleine Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Und dann den Servicebetrieb, wo die Anlage wirklich stillstehen muss, in sicheren Not, Halt und wirkliche Servicearbeiten durchgeführt werden können. Wichtig ist dabei, dass ein Umschalten zwischen diesen verschiedenen Modi reibungslos und sicher vollzogen werden kann. Die Safety-Lösung von PILZ umfasst auch Security. Und besteht aus einem Schutztürsystem mit Zugangsberechtigung und Betriebsartenwahl. Im Bereich der Beladestation ist das System Psen-S-Lock verbaut, das mit Magnethaltern die Türen genauso wie die Schiebewegen festhält. In den Kabinen ist das System Psen-M-Lock verbaut. Zusätzlich haben wir noch am Beladeterminal das ganze System PID-Mode Fusion mit den PID-Readern und dem individuellen PID-Key-System verbaut. Dieses System ermöglicht uns eine individuelle Zugangsberechtigungsverwaltung und Anlage von verschiedenen Benutzerprofilen. Zusätzlich haben wir ein individuelles Lok-System mit dem PID-Key, sodass wirklich auch nur der Mitarbeiter, der in die Anlage reingeht, auch die Türe wieder absperren kann, wenn er aus der Kabine rausgeht. Das heißt, die Zugänge sind jeweils personalisiert überwacht und es kann keiner in die Anlage eingesperrt werden. Das ist vor allem bei einer so großen Anlage, die unübersichtlich ist, dringend vonnöten.